Und hoffen, dass es funktioniert. Ein berühmter Forscher hat einmal gesagt, was wir tun, ist besonders. Nicht, was wir sind. Ich wollte mir einen Namen machen. Abenteuer nachjagen. Aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. In unseren dunkelsten Stunden wenn das Leben an uns vorüberzieht. Finden wir etwas. Etwas, das uns antreibt. Was uns weitermachen lässt. Schrecklich. Halt die Felsen! Oh, oh! Oh nein! Ja, das ist die normale Lara des Kettenjobser hier, nicht die Lara, die wir von damals kennen, mit hier, zum Glück, so viel schöner. Oh, jetzt weiß ich nö. Entweder hat Lenny gerade etwas umgeschmissen im Hintergrund oder ich war kaputt. Was sind wir denn hier? A production of... A production of... Of wem... Crystal Dynamics Hi Mr. Metalhead Ich hoffe, dir gehts gut. So, da hängen wir hier rum. Schwingen, bewegen sie den linken, rechten... Was, bewegen sie sich links, rechts synchron mit dem Schwung? Hilfe! Achso, mit dem Fight hast. Einfach mal abhängen. Hilfe! Aua! Runter! Ich muss runter! Oh, das brennt! Nein, nicht da in der Gegend! Aua! Es geht gleich mal mit Rätseln los, wie das immer so ist, ne? Ich bin dabei! Ich erinnere mich noch an die damaligen Teile. Oh, der hat einen E-Ton! Wo noch die... Dickbusige Lahrhane, auf die wir alle damals scharf waren. Am Stoff war... Oh, heiß! Ich glaub, wir sind gestorben. Sind wir schon tot? Ne, oh Gott! Das fängt schon an? Ja, Mr. Metalhead! Du kommst, bringt dich! Drücken! Was soll ich denn drücken? Ehe! Achso! Ist es vielleicht besser, wenn ich das mit Kontrollen spiele? Hm. Da kann man schon hin. Das hat weh getan. Ich hoffe, es läuft bei euch halbwegs flüssig, ne? Mein Rechner ist ja... sehr schlecht, aber... es könnte halbwegs funktionieren. Oh Gott! Seht alles doch wie ein Treiber! Wollen wir hier lang? Hier sind aber schon einige gestorben, oder? Wenn ich mir das so angucke... Ei, ei, ei... Ah! Lara! Mach vorsichtig! Nein, nein! Controller ist besser, sagst du? Ich weiß aber gerade gar nicht, wo ich meinen hab überhaupt. Naja, wir kriegen das schon hin. Ich versuch's mal so. Wenn's ganz schlimm ist, dann muss ich den mal suchen. Keine Ahnung, wo ich den gerade hin hab. Los, weiter geht's! Oh, hier sieht's aber schön aus. Freundlich sieht aus. Ja, die Frage stelle ich mir auch, Lara. Ich mach dich mal ein bisschen lauter. Sagt man gerne auch, wie die Lautstärke ist, ne? So. Ich guck mich, wie gesagt, immer mal ein bisschen um. Und wenn's bei euch hängen würde, hängt oder leckt, dann sagt mir bitte Bescheid. Hier bei Lara. So sieht's aus. Gefällt mir schon ein bisschen, ne? Ist schon süßer. Die Lara. Ja, aber was mir hier, hier sieht, sieht nicht so toll aus. Was ist bloß passiert? Ja, das ist die Frage. Was ist passiert? Kann ich hier irgendwie... Eine Fackel. Trinken sie eh zum nehmen. Ah, Fackel. Immer gut. Jetzt haben wir noch ne Fackel mit am Stüssel. Die hängt ganz schön ab hier. Aber wer stellt immer wieder die neuen Kerzen auf? Oder sind es welche, die nie niederbrennen? Fragen über Fragen. Kann man da reingucken hier? Ne. Hallo. Jetzt weiß jemand, dass wir kommen. Wo geht's lang? Halten sie eh gedrückt, um die Fackel zu benutzen. Na, dann machen wir das doch. Feuer in the hole. Lara, das hast du sehr gut gemacht. Das erste Rätsel haben wir hinbekommen. Das haben wir schon in den ersten zwei. Oh, ich hör jemand. Hallo, Hallo, Kat. LED-Kerzen, eindeutig. Meinst du? Meinst du, die haben alle so eine An- und Ausschalter? Nein, er muss mich hören. Wer? Wer muss uns gehört haben? Lara, sprich doch nicht so ein Rätsel. Ah, Fackel aus. Verdammt. Drücken sie Kuh, um die Umgebung zu erkunden. Kuh wie Erkunden halt, ne? Aha. Dann kriegen wir so Tipps, was wir machen müssen. Feuer und Stoff. Also müssen wir irgendwas mit Feuer und Stoff machen. Eventuell erstmal unsere Fackel wieder anzünden. Können wir die wieder anzünden, wenn die nass ist? Ja. Was? Das ist nicht so ein Lärmspiel. Deswegen ist der Lärm, um zu springen. Ah, oh. Ups. Entschuldigung. Hier ist niemand. Ups. Ups. Da können wir wieder entzünden. Heiß. Das rote Fass ist nicht gut, dass das Feuer ist. Jesus greist. Ich bin mitten im Spiel. Das hat mich fast beim Stuhl gehabt. Da ist keiner. Niemand da. Oh. Ich bin gar nicht schreckhaft gespielt. Hoch mit dir. Schnell. Bevor hier alles zusammenbricht. Ah. Was? Wer? Wer bist du? Was willst du? Nicht Ruhe. Links rechts, links rechts, links rechts. Oh Gott. Das ist so ein nackter, nackter Mann. Was ist das? Komm nicht zurück. Was ist das für ein verrückter da hinten? Ein nackter. Ich habe auf der PS4 auf dem PC durchgespielt und muss sagen, ich komme mit der Tastatur besser zurecht. Auch wenn es ein bisschen kommt. Ach, das kriegt man hin. Das kriegt man hin. Das kriegt man hin. Ich bin ja generell eher so ein PC-Spieler-Typ. Controller mag ich gar nicht so. Das ist noch ein bisschen bequemer. Komm zurück! Nein! Ich will dir noch nicht. Das willst du gar nicht. Das ist nur an meiner Buse. Ist das nicht heiß am Kopf mit der Flamme, das Junge? Ja. Wir können uns nicht umgucken. Nur vorwärts. Vorwärts, vorwärts ins Verderben. Wir müssen neben bis wir sterben. Ach, gut, dass die Fackeln noch an ist. Finden sie einen Weg hinaus. So, gibt's wieder Fackeln, ne? Das ist die Fackel aus, jetzt stehen wir hier im Wasser rum. Einsatzhilfweise. Drücke sie Kuh und irgendwas. Aha, hier. Das leuchtet. Also müssen wir wohl irgendwas damit machen. Oh, spielst du schon lange? Nein, geht gerade erst los. Äh, Ico. Seit fünf, zehn Minuten oder so. Ah, ich hab ein paar Minuten eher angefangen. Wir sind noch ganz am Anfang. Okay, also hier sind brennende Kisten. Also die können brennen, die können mal ein Zündchen schalten wollen. Ne, ne, du hast gar nichts verfasst. Nur wie wir hierher gekommen sind. Jetzt sind wir hier scheinbar beim ersten größeren Rätsel. So, die Kisten leuchten. Der Ausgang leuchtet. Also hier ist erstmal Feuer. Dann können wir unsere Fackeln wieder hinziehen. So. Ico, du kannst mir gerne auch mal Feedback. Ist dein Mixer heute etwas halliger? Ja. Weil ich alles umstecken musste wegen dem, wegen der Musik machen. Das ist alles ein bisschen kompliziert bei mir gerade hier. Ich muss mir noch ein zweites Mikro kaufen. Ich kann nicht immer alles umstecken. Das ist ganz schlimm. Darum bin ich ein bisschen halliger jetzt hier. Ich hoffe, es ist nicht nervisch schlimm. Kannst dir mal sagen, wenn es richtig grauenhaft ist, dann muss ich das mal anders machen. So. Ah, hier geht eine Kiste nach der anderen runter. Die können wir alle anzünden. Malzi, juhu. Ich bin ein bisschen als würdest du in so einem... Groß... Was groß war... Ist es jetzt ein bisschen besser? So, die abschiffen und so. Boah ist sch... Ist es jetzt ein bisschen besser? Nein, ne? Ist er träglich noch ungewohnt? Ja, wie gesagt, ich muss mir noch ein zweites Mikro kaufen. mit dem umstecken jetzt mit dem ich habe ja hier drüben bei mir sieht es aus wie chaos weil da meine musikszene ist wenn ich musik mache und wenn ich das alles auseinanderbau um hier zu spielen dann ist man ganz ganz viel grauenhaft also erstes rätsel noch mal kurz überlegen wir haben kisten die gehen durchs wasser die kann man anzünden problem wenn die durchs wasser gehen dann brennen sie noch mal ist halt klar was haben wir noch hier haben wir was zum anzünden kennt das deswegen mache ich keine kochstriebs mehr auch das ist immer so viel mit arbeit verbunden ist es umbauen und vor allem die ganze kabellage die ganzen kabel das kann man anzünden ich gehe erst mal da hoch sie sind aber ja habe ich jetzt endlich mal zum laufen bekommen das letzte mal kopf das ich gespielt habe das war noch bei den alten lager kopf diese die also die alten teile das können wir hier machen ausrufezeichen f um zu schubsen aha da können wir wahrscheinlich würde ich jetzt mal behaupten vielleicht die kisten rein und darunter schubsen haben sind keiner was dort ja auch die kocht bisher kamera heute ja so sieht es aus darum will ich ja auch wenn ich musik macht das alles mit aufnehmen hat ist aufbauen hinfahren und so weiter dass man die ganze arbeit zieht die drin steckt aber dazu brauchen erst mal auftritte sprich kein corona mehr mit den dreckigen bubis so wie jetzt ist die frage für mich wie kriege ich denn hier kiste rein mit dem ding